Das heutige Video stellt einen ganz normalen Tagesablauf dar in der IT-Branche. Und die Mitarbeiter, also die Kunden, die wissen dann halt nicht weiter mit ihren Computer, mit ihren Rechnern. Ähm, und da stellen sich halt die verschiedensten Probleme. Da, naja, was ich eigentlich meine, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Jo, herzlich willkommen bei NetnerTV. Ich bin für super, super gute Videos. Hatet mich nicht! Guten Tag, hier ist die IT-Beratung. Was kann ich für Sie tun? Ich kann mich nicht in dieses Tool einloggen. Haben Sie dir das richtige Passwort eingegesen? Ja, selbstverständlich. Ich hab doch beim Kollegen zugeschaut. Welches Passwort haben Sie denn benutzt? Fünf Sterne. So, jetzt bin ich remote auf Ihrem Rechner. Nicht wundern, wer sich die Maus jetzt bewegt. Die bewegt sich nicht. Doch, tut sie. Gerade eben. Nein, tut sie nicht. Wie, sie sehen nicht, wie sich der Mauspfeil über ihren Desktop bewegt. Ja, der Mauspfeil, der bewegt sich, aber die Maus doch nicht. Guten Tag, IT-Beratung. Was kann ich für Sie tun? Ich hab hier so eine komische Fehlermeldung. Was soll ich mir jetzt machen? Was steht denn in Ihrer Fehlermeldung? Keine Ahnung. Sie haben mich weggeklickt. Das glaub ich doch nicht. Jetzt kein Mensch dazu. Verdammte. IT-Abteilung, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wenn ich einen Word tippe, dann ist da kein Text. Gut. Verstehe. Also, sehen Sie den Cursor. Äh, nö. Ich bin allein im Büro. Das Leben in der IT ist schon hart genug. Take it easy. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Bis bald.